Ja, also ich bin die Alex und das ist der Frank. Und wir haben gerade unsere Session gemacht, Lisa Local vs. Carl Cloud, wo wir über den Zukunft des Buchhandlers diskutiert haben und haben uns sehr gefreut, dass sehr viele diskussionsfreudige Teilnehmer dabei waren. Ja, und Sie haben echt schon ziemlich weit in die Zukunft gedacht. Also ich dachte gerade, dieses Modell des Carl Cloud, der dann diesen digitalen Strömen ist, das müsste man sehr viel erklären, aber dann kam direkt, ja, sowas gibt es doch schon auf Google Plus und das kann man so machen. Also die Leute sind alle schon ziemlich weit vorne. Ja, Carl Cloud ist schon weiterentwickelt fast. Man kann die Leute kaum noch schocken heutzutage auf dem Buchcamp. Und was war so das Fazit? Die Mehrheit hat sich dann im Endeffekt doch für Lisa Local stark gemacht und glaubt an die Zukunft von Lisa Local. Wenn sie sich auf ihr Kerngeschäft reduziert, also eher offline und da das Beste draus machen. Genau. Okay. Okay. Okay.